Fünf Filme über Börse und Geld, die du unbedingt gesehen haben musst. Platz 5 – Wall Street aus dem Jahr 1987 mit Michael Douglas und Charlie Sheen. Platz 4 – Wall Street – Geld schläft nicht aus dem Jahr 2010 mit Michael Douglas und Shia LaBeouf. Platz 3 – Der große Crash – Margin Call mit Kevin Spacey und Paul Bettany. Platz 2 – The Big Short mit Christian Bale und Steve Carell. Platz 1 – The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio und Jonah Hill. Platz 1 – The Wolf in Berlin – The Wolf of Wall Street… Platz 1 – Woberg – The Wolf of Wall Street Ma. Platz 1 – The Wolf of Wall Street Amaden. Platz 2 – Für die historians, Wasser die only claim accidentally fragt.